Ja Leute, heute gibt es etwas ganzes Mal aus und zwar, wir haben hier den C zu dem K. Hallo. Ja und heute, wieder richtig schön oldschool würde ich sagen, wir gehen rein hier. Wir haben wieder alte Decks, natürlich mit Topf der Gier. Was macht der? Äh, zwei Karten ziehen oder elf gegen jeden Papier. Haha, genau. Oder ich würde sagen, wir gehen rein. Ich habe Chaos, du hast? Äh, Krieger. Wird spannender auf jeden Fall. Also rein ins Welt. Let's go. Hochentscheidend. Das ist eine Zwei. Eine Zwei. Eine Zwei, ja. Das ist ja perfekt. Eine Drei. Dann würde ich sagen, ich fange an. Na gut, auf das Spiel. Yes. Na dann. Ja, schon oldschool mit sechs Karten. Das ist immer schön. Ja. Oh, ich weiß nicht, wie ich Bock habe. Ich weiß es nicht. Also ich sage mal so, es ist sehr wenig Monster-lastig finde ich gerade. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, ich beschwöre den guten Kaiku. Oh. Ja, er fängt gleich so an. Was ist das denn? Dann spiele ich zwei verdeckt und du darfst. Ja, dann fangen wir mal an mit schwerer. Haha. Schön wärs, ey. Schön wärs, schön wärs. Das ist ein Problem. Der banished nur, wenn er was zum Kampf zerstört. Oder wenn Lee es mir zufügt. Nochmal. Wenn er dir Kampfschaden zufügt, kann er zwei Monster von deinem Friedhof verbannen. Und du kannst keine Karten im Friedhof verbannen. Ah, ich kann... Jo. Ja. 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 Ja, der ist gut gegen Chaos. Wer ist das denn hier? Dann würde ich sagen, fangen wir an mit Set 1. Ähm. Oh. Oh, 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 oh. Set 2? Ähm. Ja. Und ich würde sagen, würde ich mal in Endphase gehen. Ja, okay. Hahaha. Ja, dann. Ähm. Ich würde sagen, ähm. Ja, wieso machst du denn nichts? Ja, machst du denn jetzt schon wieder? Ey, wir schwärzen hier mal. Ja. Ich hole noch, äh, DD Angreifer. Wie gut. Ja. Und dann greife ich an. Marathon! Ja, das war so klar, Junge. Nein! 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 Bitte warum? Warum tust du mir das jetzt an? Okay, also... Ja, dann geht das durch. Ja. Das sind, äh, 3,5. Und 4.000 für mich. Ja, guck mal. War doch ein guter Trade eigentlich. War eigentlich schon, ne? Ja. Ja. Dann dachtest du. Endphase? Neu. Oh, das wäre das dumm! Okay. Okay, das ist natürlich interessant jetzt. Die war, wenn sie kaum zerstört wird, ne? Genau. Mhm. So, ganz ehrlich. Äh, ist, ist nicht schön, wie das Spiel. Du bist dran. Okay. Ey, warte, warte, Entschuldigung! Ja, Entschuldigung. Haha. Ja, ähm. Aber da liegt doch jetzt safe, äh, reißender Tribut. Ja, ich habe auch alles. Nicht so wie du. Ja. Warum nicht Judgment? Warum spielst du die überhaupt? Ja, die spielt man in dem Deck. Ja, Spiegelkraft ist ja raus, also. Das ist eh grafisch, das Spiel. Und ich greife an. Nein, das ist deinem. Auf. Äh, ja, ich muss Schaden schützen, ne? Ja, okay. Ja, dann, äh, dann darfst du. Mhm, 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 mhm. Können wir noch einen holen. Das wäre natürlich voll krass. Hä? Gibt ja gar nicht so gute Ziele. Dass auf Sanggan ginge. Sanggan ist natürlich auch ein schönes Monster, ne? Der Sanggan, der, der, der lacht mich schon an. Guck da, er lacht. Angriff bitte. Ja, er will aber annehmen. Ja, nein, 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 wir machen das korrekt hier. Okay, so. Äh, ja, dann. Willst du abheben? Mein Top-Deck wird nämlich Top-Deck ihr sonst sein. Ein Top-Deck? Mhm. So. Dann bitte. Ist ja schon lustig gewesen. Das wäre echt lustig gewesen. Äh, dann fangen wir mal an, jetzt auch mal hier aggressiv zu werden. Weil, dich stört das ja gerade irgendwie. Ich bin gespannt. Guck. Ist eigentlich Judgment, weil ich das ja schon wieder. Ja, ist okay. Okay. Äh, ja, dann, äh, Battle-Face, ne? Ja. Und, ja, ich hätte andersrum. Ja. Hab ich mir auch gedacht. So, egal. Die, die 100 werden's natürlich nicht machen. Äh, ja, äh, dann geh ich in die Main-Face 2, in die End-Face und komm noch wieder zurück. Der kleine. Okay. Ja. Wie gesagt, die. Sieh ich. Ja, äh, ich hab noch einen zweiten. Ja. Äh. Jetzt kommt natürlich noch, was du gekäult hast, ne? Das war halt so klar. Sankern-Effekt. Ja. So, mein Lieber. Ich sag mal so, es läuft langsam bei mir. Ich merk's. So langsam, aber auch nur. Ja, ist die Frage, was ich nehme, ne? Also, krasses Belz hab ich jetzt noch nicht. Hm. Hm. Also, ist es gar nicht. Ich glaub, ich nehm die Schlange. Okay. Verrät das etwas über meine Hand. Ich bin gespannt. So. Kommt noch was. Äh, es kommt noch eine Set und dann bist du... Du willst doch diesen schweren Sturm so haben, ne? Nein. Weil, wenn du schon sagst, dass deine Hand krass ist, dann will ich sie jetzt sehen. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Okay, ja. Kannst du einen Monster rausnehmen, ne? Ich kann nur einen Monster, ja. Ja, fair. Ja, ist eine gute Frage. Du hast ja kein Licht. Ja, das ist leider richtig. Aber so ein Donnerdrachen-Top-Deck wäre halt dann schlecht. Na ja, siehst du ein BLS? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine an sich, die anderen bringen gar nichts gerade. Gerade. Machen halt wirklich nichts, ne? BLS hat der andere Top-Deck-Modus dann. Ja, ist das echter BLS? Danke sehr. Ja, guck mal, der war unten. Der hätte gar nicht kommen können können. Ich spiele ja nur ein. Du spielst ja nur ein. Man, die Karte ist so gut. Und sie ist so teuer. 20 Euro pro Stück. Ja, das ist eh nicht wild. So, darf ich jetzt weiterspielen? Jetzt darfst du weiterspielen, ja. Ja, du, ganz ehrlich. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Set, pass. Ich frage mich, was das ist. Hä? Das können zwei Karten sein. Man, das ist doch Müll. Warum hast du... Habe ich die auch? Hä? Habt ihr auch ein Deck? Nein. Ja, natürlich. Ich spiele man aber auch nicht in Chaos. Nein, alles gut. Die Karte ist echt gut, ey. Ist echt gut. Ich feier die. Ich habe die früher noch gespielt in meinem Volcanic-Deck. Ja, vor Synchro-Ära. Legende. So, was machen sie? Wir sehen das so defensiv, so ein Verhalten. Okay, ich habe nichts gesagt. Willst du dich noch eine Karte setzen? Wird es nicht lohnt. Ne, 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 reicht. Nochmalbeschluss, das ist schön, ne? Ja, ähm... Das kann das überraschen. Wer hätte das wohl kommen sehen? Aber, ich sage mal so, deine Lebensmunkte geht es schlechter als meinen, ne? Ich bin bei 1,4, ne? Ja, die 100 könnten vielleicht doch relevant sein. Äh, ja. Ja... Tomate wäre Game! Tomate wäre Game! Tomate wäre echt Game. Das ist... Ja... Monster Reanimation! Was? Was? Ja. Ja, okay. Ja, okay. Das ist fein. Ja. Äh, du bist... Cool, da habe ich aktuell keine Probleme mit. Ähm... Jo... Hm... Boah, das ist halt schwierig. Du hast nur noch eine Handkarte, oder ne? Ja. Also Ressourcen, dem könnte ich gewinnen. Dem in Spanien verschwenden wir Ressourcen. No, es ist auch mein Bug. Okay. Ja, das ist klar. Bittek! Ja, das geht, ja? Ja, okay. Schlage für Game wäre schon witzig. Stimmt. Und... Hä? Ja, stimmt. Schlange wäre ja wirklich Game. Das ist ja wild. Okay. Äh, ja, und dann setze ich noch eine Karte an, da bist du. Okay. Boah, Schlange? Okay. Nein, das witzig! Bitteschön. Ähm... Weg! Weg! Ahaha! Ahaha! Nein! 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 Ja! Schlange, ne? Ja, äh... Norm ist auch... Ja! 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 Was ist das denn da? Was ist das für ein Duell? Ah, lustig! Keine Ahnung, was war das? Ey, war doch lustig! Ja, das war ja ein Duell der Extraklasse, aber... Leute, das war nicht das einzige Duell, denn jetzt gibt's ein Best of Three, bedeutet, geht rüber zu CK Phoenix, da gibt's natürlich den Rest des Best of Three, also schaut da vorbei und wie immer wünsche ich allen natürlich einen wunderschönen Tag und wie immer viel Spaß beim Duellieren!